Hallo und willkommen bei Hardware-Rad. In diesem Video die Technos der Kalenderwoche 51, 2016. Auf Reddit wurde ein Artikel geleakt eines französischen Hardware-Magazins, das AMD Zen getestet hat. Allerdings nur mit einem Vorserien-Modell, also der 8-Kerner, der eigentlich mit 3,4 GHz takten soll, wenn er rauskommt, hier nur mit 3,15 GHz. Der Turbo-Takt geht laut der Hardware-Zeitschrift bis 3,3 GHz und wenn Ryzen herauskommt, wird der Standard-Takt bei 3,4 GHz liegen, plus Turbo-Takt halt. Also die Modelle, die im Handel sein werden, werden etwas stärker sein. Sie haben ein paar Render-Benchmarks gemacht, also Benchmarks, wo alle CPU-Kerne gut ausgelastet werden und da ist Zen knapp hinter dem 6900K, also dem 8-Kerner von Intel. Dieser taktet allerdings auch mit 3,7 GHz. Bei den Spiele-Benchmarks sieht Ryzen nicht so gut aus, allerdings sind hier auch die getesteten Spiele ziemlich fragwürdig. Denn hier wurde kein Spiel getestet, das einen Vorteil hat, wenn man mehr als 4 Kerne hat. Zum Beispiel wurde mit dem Test reingemacht Far Cry 4 und Arma 3. Deswegen landet Zen hier auch nur knapp hinter dem i5-6600K. Der 6600K taktet halt auch einfach höher. An erster Stelle ist der i7-6700K vor dem i7-6900K. Wenn der 6700K vor dem 6900K landet, kann man jetzt schon sehen, dass hier einfach die falschen Spiele benutzt wurden. Hätte man zum Beispiel Battlefield 1 verwendet, das wunderbar mit 8 Kernen zurechtkommt, dann sehe das Ergebnis halt auch anders aus. Eins zeigt aber der Test, da der AMD FX 8370 auch mit drin ist, kann man diesen wunderbar mit dem neuen Zen-Prozessor vergleichen. Und die Leistung pro Takt ist hier in Spielen um 45% gestiegen. Nach diesem Test hält Ryzen schon mal ein, was AMD versprochen hat. Intel Kaby Lake wird zur CES 2017 vorgestellt, gibt es aber jetzt schon im Handel. Bei ein paar Shops sind die neuen Kaby Lake Prozessoren schon lagernd, das heißt man kann sie jetzt bestellen und kriegt sie dann auch direkt zugeschickt. Eigentlich sollten sie ja erst zur CES in Las Vegas vorgestellt werden, dies Anfang Januar. Allerdings sind die Preise ziemlich hoch. Für den i7-7700K, also den Nachfolger vom 6700K, werden 420 Euro fähig. Das wäre natürlich ein bisschen viel. Aber auch den kleinsten i5, den i5-7400, gibt es erst ab 215 Euro. Deswegen würde sich das jetzt nicht lohnen, die zu kaufen. Lieber warten, bis sie offiziell gestartet sind. Das deutsche Entwicklerstudio Crytek trennt sich nun von fast allen externen Studios. Es bleiben nur noch die Zentrale in Frankfurt und eine Filiale in Kiew. Wie ich ja schon in den Technik-News letzte Woche sagte, steckte das Unternehmen in ziemlichen Finanzschwierigkeiten. Nun passiert eine sehr starke Umstrukturierung. Das ganze Unternehmen wird sich nur noch auf das konzentrieren, was sie am besten können, und zwar ihre CryEngine. Alle anderen Projekte werden quasi eingestellt. Das Unternehmen wird die Studios in Budapest, Sofia, Seoul, Shanghai und Istanbul nicht mehr weiterführen. Crytek selbst sagt, dass Pläne in Gang sind, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Das heißt wahrscheinlich, dass die Standorte aufgekauft werden von einem anderen Entwickler. Das war es dann aber auch mit den Technik-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.